Hallo Leute, hier ist eben Manuel aus dem Schnitt. Mir ist eben aufgefallen, dass Pute etwas leise ist. Ich wollte mich nur dafür entschuldigen. Nächstes Mal versuche ich das zu fixen. Tut mir echt leid, ich hoffe es gefällt euch trotzdem, auch wenn Pute so leise ist. Und ich würde sagen, los geht's mit dem Intro. Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sind wir wieder alleine unter uns. Mit dabei ist heute der liebe Pute Pute mein Name. Mein Name ist ja äußerst krass, ja. Heute wird es ein kleines Infovideo für euch. Also wann Videos kommen, welche Videos kommen und so weiter. Wir spielen eine Runde Lucky Block auf dem schönen mlgpvp.de Server. Die IP ist auch noch mal in der Beschreibung. Kann man Lucky Block spielen? Gib das Schwert! Gib das Schwert! Gib das Schwert! Ja! Stimmt! Danke, Daffi! Ich leide mal kurz zu! Unlucky Squid! Unlucky Squid! Ein Killer Hase. Okay, Leute, zum Beispiel ein kleines Infovideo. Oh Gott! Wir spielen wieder auf diesen schönen Lucky Block... So, äh Lucky Block, soll er sagen schon. Wir spielen auf mlg.pfp, pvp.de Server. Sehr schöner Server. Ähm, da könnt ihr auch City Build spielen, Lucky Block und Mlg's trainieren... Werden wir danach auch nochmal kurz machen. Warte, ich mach schnell eine Slime mlg. mlg slime, kom mit einem Herz! ich bringe mich eben um dann mache ich einen schönen ich habe das abgebaut ja gott ich habe den senden man bekommt okay es wird dann jeden moment bei euch eine infokarte also ich habe euch anzubieten pvp also skywars und kurs aufbombe und battles auf revie hauptsächlich dann habe ich noch anzubieten zu tipps und tricks video wie schon mein erstes video zum beispiel war ja das war etwas lange im griefer gibt dann kann ich euch noch ein paar tutorials anbieten wie ich meine video schneiden und sowas in der art griefer games kann ich euch anbieten also scammers suchen drop events so was halt lucky blog wie gesagt jeden projekten der community die ich traue könnten wir machen wenn wir uns anfangen ja es wird auf jeden fall oft als ob viel mehr gleich kann jetzt echt nicht haben ja gut leute ja also das ist mit den lieben pvp ich weiß nicht ob man youtube kanal hat hast du nicht hast du einen kurs kanal nein deswegen wird auch nicht unten verlinkt sein ja kleines chaos hier aber nur ganz klein ich bin ja übrigens das in der bumblebee oh gott oh gott ein unicorn das müssen wir direkt umbringen so bin ich das tut ja das unicorn warte schau was das probt das macht viel schaden das ist runtergeworfen gehe dich eingraben da kommt die strafe hast du sie gesehen ich kann auch nicht gut die gute kopf ich hab dich geknüpft hier ist ein bisschen margerite ich habe drei glas blöcke bekommen ist das nicht okay übrigens kennt also macht hast du schon eine lucky blöcke verbraucht ja das ist gut warte kann hier bauen ich brauche mich jetzt auch noch nicht jetzt kommt der mit genau so wollte ich nicht machen okay wir hast du schon einen lucky blöcke verbraucht ich nicht wir haben jetzt nichts mehr bekommen dann machen wir das ist ja stark ich brauche mir noch eben an einem op so habe ich mir jetzt eine helme kraft schnelligkeit 4 ich hab für die euro ok leute ja wir haben hier auf jeden fall sehr gute sachen bekommen damit würde ich sagen ist der pute jetzt mal dauernd ich habe mal ich habe ein geschenk für dich wow kein kommentar pute im mc slime ich habe keine blöcke mehr tja ich habe nichts zu kämpfen das ist jetzt dein problem komm mal her wieso bist du so schnell wow ich laufe doch nicht immer da haben wir noch ich würde sagen die runde ist dann mal gewonnen da können wir uns noch nicht ganz easy ich kann nichts machen ja ja wir hängen eh noch eine dran ich werde ich werde dann noch eine runde dranhängen ich weiß nicht für die bildung für die bildung wir spielen jetzt eine runde mlg league putet schauen wir nach du weißt nicht was das ist der service auf jeden fall auch sehr professionell mit diesen ganzen minus items drück mal diesen dir auf der 1 nein ja den den ich in der hand habe ja das nein auf jeden fall ist alles geil schauen wir mal nach das ist gut jetzt spielen wir auf jeden fall eine runde mlg league da können wir unsere mlg skills testen und ja wir sind noch einen kurzen cut wieder da hier komm komm hier ok leute da sind wir wieder der käsekuchen hat eben das spiel betreten ja sie feiern mich schon richtig sie kennen mich natürlich als erfahrern oh god nicht das hoch stacken und wo ich ganz hoch und schneller hoch stecken ja stecken 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 natürlich mit butterfly immer das ist ganz wichtig ja dann oben eine kleine plattform bauen mein nachbar hat schon erfahrungen bist du dass er sich mit holzen blöcken stecken bist du dass er sich mit holzen blöcken stecken ja ja ok aber damage ist eigentlich gar nicht so schwer es sieht nur schwer aus aber für erfahrene pros ist das kein problem ich bin nicht verkauft ich bin nicht verkauft geschafft easy bootkleid ähm das war dann ich schaffe den einfachsten 2 2 swag ähm ja danke wieso schon wieder dieser alter ich krieg nichts hier mit diesem mlg und wie geht es dir puter zähl mal äh wie geht es total zusammen ja ich habe ihn oooooh 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 Das ist dann mal der Win. Schauen wir mal, wie es in die Gute geht. Ja, es ist auf jeden Fall schon mal sehr lustig hier. Ja, wahrscheinlich. Oh nein, ich dachte, du hast damage geschafft. Es ist schon mal sehr gut. Der Käsekuchen steht auf Kadar. Bei ihm läuft es auf jeden Fall auch. Okay Leute, das war dann halt mal so ein kleines Infovideo und eine Servervorstellung. Das war das zweite, ganz sehr schnell. Ja, Lucky Block. Ja, das können wir dann vielleicht auch mal bringen auf diesen Kanal. Das wäre sehr nett, wenn ihr abonnieren könntet. Und das war's dann mit dieser Aufnahme. Nein, das war's nicht. Doch, das war's. Wir können dann vielleicht nochmal aufnehmen. Okay, das war's mit der Aufnahme und tschuuu. Doch, tschuuu. Nice.